Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir Leute. Aktuell wird es sehr sehr interessant für den Bitcoin, denn wir sind mit dem Preis weiter gestiegen und befinden uns jetzt an einer sehr sehr wichtigen Stelle für den Bitcoin. Sollten wir es schaffen diese Stelle nach oben hin zu durchbrechen, wäre dies wieder ein schönes Zeichen für den Bitcoin. Außerdem schauen wir uns auch kurz Ethereum an, also bleibt bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen. Und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Schauen wir uns den Bitcoin auf dem Daily Chart an, haben wir eine sehr sehr interessante Stellung momentan, denn wie ihr wisst, hatten wir gestern diese Abwärtstrendlinie hier eingezeichnet, die wir unbedingt nach oben hin durchbrechen müssen und wir sind jetzt an der Stelle, wo wir eine Resistance momentan von diesem Abwärtstrend erleben. Denn schauen wir es uns an, haben wir aktuell an dieser Stelle eine sehr sehr spannende Zone, denn wir haben hier einmal unsere Resistance von unserer kleinen Box hier zwischen 33.500 und circa 33.800 US-Dollar. Denn in dieser Zone, wie ihr seht, hatten wir zuvor einen großen Support, den wir immer wieder halten konnten, sind daraufhin hier mit dem Preis unter diese Supportzone gefallen, sind kurz darüber, hatten daraufhin hier einen Abverkauf durch den Tweet von Elon Musk. Und jetzt aktuell sehen wir, dass wir mit der Candle versuchen, hier über diese Stelle zu kommen. Allerdings haben wir dort einen starken Widerstand zu erwarten, denn dort haben wir den Widerstand von der vorherigen Supportzone hier an unserer weißen Box. Und wir haben den Widerstand von unserer Abwärtstrendlinie, die wir hier haben und dann haben wir noch einen dritten Widerstand, denn wie ihr euch erinnern könnt, ist das 365er Moving Average ein sehr sehr wichtiger Punkt, den wir unbedingt halten mussten. Wir hatten vorher dort einen starken Support, sind daraufhin dann darunter gefallen und haben jetzt hier einen dreifachen Widerstand an dieser Stelle. Exakt wo wir sehen, sind wir momentan am 365er Moving Average und jetzt wird es wichtig für den Bitcoin, dass wir es schaffen mit genügend Volumen, diesen dreifachen Widerstand, den wir hier haben vom Moving Average, von der weißen Box und von der Abwärtstrendlinie, dass wir es schaffen hier nach oben hin zu durchbrechen. Sollten wir es schaffen hier über die 34.000 US-Dollar zu kommen mit genügend Volumen, wäre das ein sehr sehr gutes Zeichen für den Bitcoin. Und auch unser MACD sieht sehr sehr interessant aus momentan, denn wir sehen hier, dass unsere Kerzen jetzt momentan kleiner werden und sollten wir es schaffen also über diese Zone zu steigen und uns in die Richtung von ca. 34.000 bis 35.000 US-Dollar bewegen, denke ich, dass wir in dieser Zone auch ein Bullishes Crossover bei unserem MACD haben werden und das wäre dann wieder ein sehr sehr gutes Zeichen. Schauen wir uns den vierstündigen Chart an, sehen wir hier, dass wir momentan hier ein sehr sehr wichtiges und ein Bullishes Pattern formen, denn wir sind dabei hier ein Bullishes Double Bottom Pattern zu formen. Und hier haben wir was interessantes, denn unsere Neckline liegt hier exakt an der 35.000 US-Dollar Zone, wo wir sowieso auch vorher einen Widerstand und Support Punkt hatten. Und jetzt wird es interessant, sollten wir es schaffen, hier diese Neckline hier bei ca. 35.100 US-Dollar nach oben hin zu durchbrechen und gegebenenfalls einen Retest sehen, denke ich, dass dies ein guter Punkt wäre, um hier einen Trade zu setzen. Denn wenn wir mit dem Preisziel steigen und hier einen Ausbruch sehen, daraufhin hier einen Retest sehen und mit dem Preis bouncen, denke ich, dass man hier einen Entry-Punkt setzen könnte für einen Long Trade. Und dann wird es sehr sehr interessant, denn das Preisziel ist auch ein sehr sehr interessantes Preisziel hier. Denn sollten wir hier einen Ausbruch von diesem Double Bottom Pattern sehen, wird es sehr sehr interessant, denn das nächste Preisziel wäre, wenn wir es hier nehmen, bei einem möglichen Ausbruchspunkt. An diesem Punkt wäre das Preisziel exakt hier fast auf den US-Dollar genau, an der gelben Linie bei ca. 39.000 US-Dollar, wo wir einen starken Widerstand zuvor hatten. Also sollten wir hier einen Ausbruch über diese Neckline bei ca. 35.100 US-Dollar sehen, mit stark erhöhtem Volumen und hier einen Retest sehen, dann denke ich, ist dies ein guter Punkt, einen Long Trade zu setzen und dann wäre das erste Target hier bei ca. 39.178 US-Dollar, wo ich dann auf jeden Fall Teilprofite definitiv realisieren würde. Und auch auf dem Weekly Chart haben wir eine sehr sehr interessante Sache, denn ich hatte euch gestern im Video gesagt, dass es wichtig ist, dass wir es schaffen, unsere Weekly Candle überhalb der ca. 33.000 US-Dollar Zone zu closen, hier zwischen 32.000 und 33.000 US-Dollar und dies ist auch geschehen. Wir waren hier kurzzeitig, als wir das Video gestern gemacht haben, hier bei ca. 30.000 US-Dollar, haben es aber geschafft, die Candle hier bei ca. 33.000 US-Dollar zu closen, was ein sehr sehr gutes Zeichen war, denn es ist wichtig, dass wir es unbedingt schaffen, hier keine Weekly Candle unter der 30.000 US-Dollar Zone zu schließen. Denn sollte dies vorkommen, dann hätten wir einen sehr 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 wichtigen Supportpunkt, den wir auf dem Weekly Chart haben, nach unten hin durchbrochen und dies wäre kein gutes Zeichen für den Bitcoin-Preis. Und schauen wir uns auch kurz Ethereum an, sehen wir bei Ethereum auch eine sehr sehr wichtige Neuigkeit, denn wir haben es geschafft, hier unser Falling Wedge, den unteren Supportpunkt weiter hinzuhalten und sind noch nicht darunter gefallen, was ein sehr gutes Zeichen für Ethereum war. Wir sind momentan bei einem Preis von ca. 1.853 US-Dollar und jetzt wird es wichtig sein, dass wir es schaffen, hier über die 1.900 US-Dollar zu kommen, damit wir es schaffen, hier überhalb der gelben Linie zu steigen, welche eine sehr sehr wichtige Linie ist, genau wie die Linie hier bei ca. 2.462 US-Dollar, wo wir einen großen Support hatten, allerdings es nicht geschafft haben, diesen Support zu halten. Sollten wir also hier aus diesem Falling Wedge nach oben hin ausbrechen, haben wir hier auch ein interessantes Preisziel, denn das Preisziel hier bei einem möglichen Ausbruch liegt bei ca., wenn wir sagen wir mal hier den möglichen Ausbruchspunkt nehmen, bei ca. 3.388 US-Dollar. Vorher haben wir allerdings bei einem Ausbruch hier an diesem Punkt noch hier die 2.400 US-Dollar, welche sehr sehr gefährlich werden könnten als Widerstand. Deswegen würde ich es empfehlen, hier definitiv Teilprofite zu nehmen oder es erst abzuerwarten, dass wir hier einen Retest auf diese 2.400 US-Dollar sehen, um dann einen Long Trade zu setzen, denn daraufhin ist der nächste Widerstand hier bei ca. 3.500 US-Dollar erst. Auch bei MACD sieht es bei Ethereum momentan schon ein wenig besser aus, denn schauen wir uns das MACD an, sehen wir bei Ethereum, wo wir hier unser bearisches Crossover hatten, als wir die 2.400 US-Dollar nach unten durchbrochen haben, hatten wir ein bearisches Crossover hier bei MACD und wir sind straight mit dem Preis gefallen. Das heißt, unser MACD-Indikator hat hier in diesem Fall sehr sehr gut funktioniert und jetzt wird es wichtig sein, dass wir es schaffen, hier bei MACD ein bullisches Crossover zu erleben und dies wird erst der Fall sein, denke ich, wenn wir es schaffen, hier diese wichtige Resistance-Zone von 2.460 US-Dollar nach oben hin zu durchbrechen. Allerdings sieht es schon mal besser aus, denn hier werden die Kerzen beim MACD momentan kleiner und dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich hier die weiße und blaue Linie nähern, denn sobald die blaue Linie über die weiße steigt und wir eine Kreuzung hier von den Linien haben, sind wir wieder bullish mit unserem MACD-Indikator. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Neuenlaufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, bleibt alle gesund und bis morgen. Ich wünsche euch allen, bis morgen, bis morgen. Vielen Dank.